Freunde, die lupenreinen Demokraten im deutschen Innenministerium haben jüngst, einfach mal so, die Pressefreiheit in Deutschland beendet. Genau genommen haben sie es zumindest versucht. Ich weiß, was ihr denkt. Ach, wenn bloß der Versuch ist, strafbar auch in der Politik gelten würde. Das Magazin Kompakt wurde verboten. Ohne Anklage, ohne Gerichtsverfahren. Sowas ist Pille-Palle für die Guten. Ich habe darüber gesprochen, konkret in den Essays vom 16. und vom 17. Juli. Innenministerin Faeser hat es wohl mit moralischer Rückendeckung des ihr unterstellten Verfassungsschutzchefs Haldenwang getan. Jetzt aber wurde dieser Anschlag Faesers auf Demokratie und Rechtsstaat teilweise vorläufig wieder kassiert. In einer Eilentscheidung des Bundesverwaltungsgerichts und das böse Magazin darf weiter erscheinen. Vorläufig. Der Staatsfunk schreibt, das Bundesverwaltungsgericht hat das Verbot des rechtsextremen Kompaktmagazins im Eilverfahren teils vorläufig außer Vollzug gesetzt. Es meldete vor allem Zweifel an der Verhältnismäßigkeit an. Alle Links und Quellen findet ihr wie immer in der Textversion dieses Essays und den Link dazu in der Beschreibung. Auf der Nachrichtenseite findet man übrigens das Propagandawort rechtsextrem gleich neunmal mit der Suchfunktion. Aber gut, findet ihr, dass diese Entscheidung ein gutes Zeichen für die Demokratie ist oder wäre das verfrühte Hoffnung? Schreibt bitte unbedingt eure Einschätzung hier als Kommentar bei YouTube. Zusammen werden wir hoffentlich klüger. Ich finde ja, die Kompaktherausgeber sollten eine Kiste Champagner ans Innenministerium schicken für diese Marketingmaßnahme oder von mir aus feinstes germanisches Mäht. Es ist aber erschaulich und durchaus positiv überraschend, wie viele Leute und welche Leute sich in diesem Kontext kritisch äußern zum Anschlag des deutschen Innenministeriums auf Pressefreiheit, auf Grundpfeiler der Demokratie. Heute am nächsten Tag muss der Staatsfunk titeln, nach Beschluss zu Kompaktverbot, böse Klatsche für Fäser. Auf der betreffenden Nachrichtenseite des Staatsfunks findet man via Suchfunktion wieder dieses Propagandawort rechtsextrem immerhin schon, was schätzt ihr, 13 Mal. Vielleicht ist das Motto viel hilft viel und morgen dann 25 Mal? Schauen wir. Durchaus charmant klingt etwa eine Kritik aus der CDU-Ecke. Gerade als Innenministerin müsste sie wissen, dass die Meinungsfreiheit ein essentielles Grundrecht ist. So Thorsten Frei. Sagte ich eben charmant? Ich meinte, in politischen Termini ist das eine rhetorische Ohrfeige. Patsch, patsch. Das ist eine Giftigkeit, die man eher von politischen Essayisten erwarten würde, wie diesem Hund hier. Nicht von Mainstream-Politikern. Ach ja, von Kollegen quasi. Die Gerichtsentscheidung sei, Zitat, peinlich für das Bundesinnenministerium. So wird Konstantin Kuhle zitiert. Also jemand, den ich persönlich ideologisch ja eher in Fäzers Nähe eingeordnet hätte. Quasi der Linksaußenflügel der sogenannten Liberalen. Sogar der nun wirklich jeder Abweichung vom Einheitsnarrativ des Propagandastaates unverdächtige Deutsche Journalistenverband klingt geradezu sarkastisch. Ich würde es begrüßen, so heißt es, wenn die Bundesinnenministerin ihren berechtigten Kampf gegen den Rechtsextremismus unter Beachtung der verbrieften Grundrechte führt. Patsch, patsch, patsch. Dieser Allbeschluss ist vorläufig. Es folgt noch ein Hauptsacheverfahren. Wenn auch da die Demokratie gegen das Innenministerium gewinnt, dann, Zitat, war es das für dieses Verbot, sagt Kubicki. Und der sagt niemals nie nicht Dinge einfach nur so dahin, bloß weil sie gut klingen. Es ist ein weiterer schlechter Tag für die Regierung. Aber ist es damit schon ein guter Tag für die Demokratie? Du und ich sind gegen diese Regierung, weil wir für Deutschland und für die Demokratie sind. Dürfen wir uns also freuen? Klar, sich zu freuen ist immer gut für Seele und körperliche Säfte. Doch bleibt vorsichtig. Eine Metapher als Frage, wie wirft man einen Getränkeautomat um? Nicht auf einmal, nicht mit einem Schubser. Man schubst öfter daran, rhythmisch und immer kräftiger. Man bringt den Getränkeautomat ins Schwanken, bis er gefährlich schwankt und wackelt und dann plötzlich, krach, fällt er um. Ich habe die Metapher vom Umwerfen des Getränkeautomats von Seinfeld geborgt. Seinfeld spricht allerdings vom Beenden einer erloschenen Liebesbeziehung. Innenministerin Faeser und Verfassungsschutzchef Haldenwang, sie wirkten auf mich, als wollten sie die Demokratie wie so ein Getränkeautomat umwerfen mit vielen rhythmischen Schubsern. Ich weiß aber nicht, ob Faeser und oder Haldenwang je große Liebe zur Demokratie empfanden. Nichts, was ich sehe, spricht dafür, aber einiges spricht dagegen. Selbst wenn Faeser mit dem Kompaktverbot endgültig irgendwann scheitern sollte, sie hätte in einigen bösen Punkten gewonnen. Faeser hat gezeigt, dass auch weiter in Deutschland, jederzeit ohne Anklage, ohne Gerichtsverfahren, die Polizei bei dir frühmorgens eindringen kann, dass sie dein Haus durchwühlen und all deine Werkzeuge von Computern bis zu alten Schreibtischstühlen mitnehmen kann. Einfach weil der Ministerin deine Meinung nicht gefällt und sie vielleicht eine persönliche Vendetta gegen dich führt. Und irgendein Staatsanwalt und Richter, die das abzeichnen, finden sich schon. Kompakt hat noch die Mittel und die nötige öffentliche Aufmerksamkeit, um sich dagegen zu wehren. Der nächste Publizist, gegen den diese Regierung außerrechtsstaatlich vorgeht, wird vielleicht nicht die Mittel und öffentliche Aufmerksamkeit zur Verfügung haben. Faeser hat gezeigt, dass man als Innenminister der Demokratie und der verfassungsgemäßen Ordnung offenbar schaden kann und bislang zumindest dafür nicht einmal zurücktreten muss. Und selbst wenn diese Schande für die Demokratie endlich mit einem Rücktritt beendet und optisch abgeschlossen würde, so würde Faeser selbst vermutlich ein Leben lang vermorg versorgt sein. Und mit versorgt meinen wir nicht Gefängniszelle und Gefängniskost. Freunde, machen wir uns nichts vor. Innenministerium und Verfassungsschutz, mithilfe tausender williger Journalisten und wohl mit der Genehmigung von Kanzlererinnerungslücke, werden auch weiter am Getränkeautomat Demokratie herumschubsen. Ich wünsche uns, dir und mir, dass wenn der Getränkeautomat Demokratie wieder in Deutschland umfallen sollte, er nicht auf dich oder mich fällt und uns die Knochen bricht. Ja, freut euch, dass der Getränkeautomat Demokratie für ein paar Tage wieder stabilisiert wurde und doch bereitet euch zur Sicherheit darauf vor, dass diese Regierung weiter an der Demokratie rütteln und schubsen wird. Denn wenn die Demokratie endgültig umfällt, das hat die Geschichte gelehrt, dann ist der Rums beim Aufschlag sehr, sehr laut und niemand kann genau vorhersehen, wer alles zu Schaden kommt. So viel für heute. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Es ist mir eine Ehre. Und ich danke jedem regelmäßigen Unterstützer. Ihr macht diese Denkarbeit hier erst praktisch möglich. Ich danke euch.